Hallo Leute, und ihr seht's vielleicht, Mario Kart 7, seitdem ich die bessere Kamera habe und ich sag mal mehr Erfahrung von 3DS, Let's Plays, mit Rahmen und alles drum und dran, hab ich mir überlegt, hey, wie wäre es, Mario Kart 7 mit den Abonnenten zu fahren? Ich stelle mir das ganz chile-mille vor, also nicht chile-mille, aber ganz locker. Also wir machen das so, ich sag, wann wir fahren, wir können zum Beispiel mal heute einen Termin ausmachen, wenn ihr Bock habt. Also ich hab heute zum Beispiel Lust um, ja wann wär das ungefähr, um 19 Uhr, ja komm so, um 19 Uhr mit euch zu fahren, eine Stunde, halbe Stunde so ungefähr, wer Bock hat, schreibt seinen Freundescode bitte in den Kommentaren, was aber nur für Abonnenten ist, das heißt, ja gesagt, das ist für meine Abonnenten ein Rennen, deswegen könnt ihr nur mitmachen, wenn ihr Abonnenten seid, oder auch mal so rein stuppern, ist mir egal, ich kann das ja schlecht kontrollieren, deswegen schreibt mal eure Freundescode unten in die Videobeschreibung und wir sehen uns heute um 19 Uhr. Ich werde vielleicht morgen, wenn ich noch Bock hab zu fahren, nochmal ein Infovideo rausgeben und dann können wir morgen auch fahren, wenn das gut ankommt, sag ich mal. Deswegen, ich werde zu lange mal meinen Rahmen weiterbasteln und vielleicht wird heute Abend ja schon ein Part kommen, nach dem Rennen. Oder morgen werden wir dann sehen. Auf jeden Fall wird heute noch Xenoblack kommen, bevor das hier alles startet. Deswegen, sei gespannt und bitte, Leute, schreibt mal den Freundescode, ich schreibe meinen auch hier rein, beziehungsweise er steht hier wahrscheinlich schon im Video drin, das könnt ihr nicht adden. Das heißt, Leute, ciao und ja, viel Spaß, euer Zero.